einen wunderschönen meine sehnlosen fleischstückchen hier ein kleines highlight video mit ranzi und mir bei delta force und dem extraction modus ich wünsche euch ganz ganz viel spaß das gerne ein bisschen liebe da und natürlich den daumen nach oben habe ihn nicht gesehen ich schwöre ja wir kommen ja zu spät zur party ich sehe das jetzt schon kommen problem na ihr pisser wie geht es euch ich würde sagen ganz freiwillig auch so du stehst bei mir einfach schon immer unten stepp links haus war da auch zu dem nicht war gut linke seite lkw smoke smoke weiter durch auf verlängerung süd west mache ordnung einer ist tot mit der granate ich muss mich eben bandagieren sonst kann ich nicht mehr laufen ja mach das war in die rechte oder linke seite direkt den links runter geradeaus im weg rechts ist ja gar nichts eigentlich der ist so krass oh ja ja die sind genau an der kante wir haben die bessere posi ne ich will nicht high ground messig hier rumlaufen und die von oben holen die müssen ein bisschen langsamer machen ne ja so einfach ist das nicht die kommen nämlich langsam schieß mal wegen steps einer down finish der andere rennt links rüber der hat sich verpisst hat mir einmal spritzen wieder weiter hier ist genau jetzt wieder so ein schild ich bin im arsch ja man ist doch klar wieder what the f was ist denn hä oh yo bei mir oh mein gott knock oh 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 laser lasst sie ein bisschen nach rechts weiter tilt break mach ich dann kann ich hier hoch dann kann ich teile ah scheiße man au hab beide genockt echte jetzt ja dann sind die ja tot ne einer noch weg nice sehr schön man Ich bin auch wieder bei 287 Jungs, das ist die nächste Band von 1,8 Jetzt müsste ich auch dann raus Spieler, Aua 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 Ach man, ey Weißt du, wenn du so stehst, kann ich nicht Ja, warte Uh, drin Toll Einer ausgenockt Äh, ich würde da in die Mitte gehen Hier Da hast du einen guten Blick Oh, oh, hinter dir Von deiner Seite What the fuck Von wo Hier, von irgendwo Verstehe ich nicht Scheiße, kommt 2,40 Ein Attenhit Einer weg Noch einer Hit Wenn du jetzt reingehst und den pushst, ist der tot Jetzt auf jeden Fall Ich musste den mit dem Bogen machen, das war so ein Ego-Ding Ei, ei, ei Eine Fresse Lass uns das LMG herausfinden Okay So Zack, bum, peng, Waffe ist geladen Oh Okay, Spieler Weg, Häuschen, Häuschen, Häuschen Hier runter Was ist es hier in die Ridge geht Sind hier hinten, ein Dreier-Team Ist in einem LKW Scheiße Problem Ja, ich auch Und zwar sehr Hast du noch eine Smoke? Ja Und raus, zurückziehen Die kommen gar nicht vor uns Ne, die kommen in die, ja Doch Ne Einer Nock Zweiter Nock Zweiter Nock Die anderen drei tot Nice Wir sollten, oder? Jo Alright Ich geh vor Mit Krawall? Ich geh mit Krawall Okay, go Toll Hier kommt man nicht hoch Ich geh wieder runter Ja, jetzt kann er von links vom Berg Schade Diesmal nicht? Das ist nicht weit Man kann sich da noch Legi Muni Straft Sorry Ah, okay Das ist hier unten direkt Hier, Spieler Bin tot Oh mein Gott Das ist so scharf Und Muni Ja Granate Gut Oh mein Gott Keine Ahnung wo, Bro Gar nicht gut Boah, scheißlange Straße, Mann Einfach links halten Okay, ich kann wieder Alter, guck mal Hä? Ich hab was gebaut Habe einen mit der Nate Erwischt Nice Die kommen, die kommen Die kommen, die kommen Oh shit Über uns links kommt auch Ich seh nichts, Bro Ich kann nichts machen Einfach Lauf rückwärts Drück S, Alter Drück einfach S Geht nicht Die sind direkt bei mir Direkt Direkt über mir und links Ja Von Holtseits Mir ist direkt hier Ich kann nicht markieren Hab sie Nice Steps Mein Gott Ja Zwei Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht